Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Unser München, Ihr Service-Magazin rund um die Landeshauptstadt. Das neue Ausbildungsjahr hat in den städtischen Betrieben begonnen, zum Beispiel auch bei der Stadtsparkasse München. Die Plätze dort sind äußerst begehrt, denn gerade Bankkaufmann oder Bankkauffrau sind und bleiben Berufe mit Zukunft. Fakt ist, mit knapp 2300 Mitarbeitern und 265 Auszubildenden gehört die Städtische Bank zu den größten und beliebtesten Arbeitgebern in der Landeshauptstadt. Er ist immer spannend, der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Hier bei der Stadtsparkasse München haben nun exakt 100 junge Menschen eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau begonnen. Dauer zwei bis zweieinhalb Jahre. Aufgeregt, aber ich glaube, das ist ganz normal, dass man da beim ersten Tag aufgeregt ist, aber ich freue mich natürlich. Ich habe mich für die Stadtsparkasse München entschieden, weil es einerseits eine sehr beständige Bank ist. Die gibt es ja schon sehr lange und es ist eine sehr große Bank. Da sieht man natürlich die Möglichkeiten zum Beispiel der Weiterbildung. Die sind viel größer, dann außerdem finde ich die Projekte, die die Stadtsparkasse unterstützt, toll, beispielsweise in Sachen Bildung oder Kultur. Also ich bin sehr nervös, muss ich ehrlich sagen, aber ich freue mich auch riesig, dass es jetzt endlich anfängt. Ich habe mich bei der Stadtsparkasse beworben, weil sie eben eine sehr große Bank ist, eine sehr zuverlässige Bank und weil sie neben den zusätzlichen Sozialleistungen auch einen sehr guten Umgang mit Kunden pflegt. Die neuen Azubis hier können aus drei Ausbildungsrichtungen wählen. Klassisch Bankkaufmann oder Bankkauffrau, duale Berufsausbildung mit Fachhochschulreife für ein späteres Studium oder duales Studium, also BWL und Parallelausbildung bei laufendem Gehalt. Am Anfang ist man dann auch im ersten Jahr eigentlich nur am Schalter und schaut halt, dass man dem Kunden am Schalter helfen kann, sei es jetzt mit Geldein- und Auszahlungen oder dass man halt auch schaut, was der Kunde braucht. Später dann, je länger man auch dabei ist, umso mehr geht man dann in die Tiefe, auch Beratungsgespräche, dass man dann mehr mit dem Kunden alleine zu tun hat und auch intensiver auf den Kunden eingehen kann. 960 Euro Gehalt bekommen die Auszubildenden im ersten Jahr. Dazu eine Option auf eine betriebseigene Wohnung zu vergleichsweise günstigen Konditionen. Und Mietzuschüsse von monatlich bis zu 200 Euro. Wir, die Stadtsparkasse München, sind die fünftgrößte Sparkasse Deutschlands, die größte Bayerns. Also wir haben ein umfangreiches Programm und nach der Ausbildung gibt es ganz vielfältige Karrieremöglichkeiten. Man kann im Vertrieb erfolgreich sein, man kann sich Richtung Führungskräfte weiterentwickeln, man kann aber auch in Gesamtbanksteuerung, in Treasury, interne Abteilungen. Aber das Wesentliche in unserem Beruf, man sagt, ist, dass wir einfach mit Menschen zu tun haben und das macht einfach Spaß. Auch nach der Ausbildung gibt es bei der Städtischen Bank vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Eine Übernahme ist durchaus möglich. Es ist so, dass unsere Azubis, wenn sie eine gute Leistung erbringen, das heißt, einmal natürlich engagiert in ihrer Ausbildung sind, aber dann einen Mindestschnitt von 2,5 bei den Noten haben, werden dann auch übernommen, also haben einen sicheren Arbeitsplatz bei uns. Die Ausbildungsplätze bei der Stadtsparkasse München sind äußerst begehrt. Für jede Stelle gibt es durchschnittlich fünf Bewerbungen. Revolutionär und Ministerpräsident. Die Kurt-Eisner-Ausstellung im Münchner Stadtmuseum ist soeben verlängert worden. Die biografische Darstellung bildet nur den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, mit denen die Landeshauptstadt München in den nächsten beiden Jahren den historischen Ereignissen der Revolution nachspüren wird. Ein Idealist, ein Utopist, ein fortschrittlicher Mann der Tat. So wird der erste bayerische Ministerpräsident von vielen heute noch gelobt. Im November 1918 proklamierte Kurt Eisner die Absetzung des Hauses Wittelsbach und die Gründung der Bayerischen Republik. Damit ist der gebürtige Berliner der Urvater des Freistaats Bayern. Die Idee dieses Namens geht ja zurück auf eine Befreiung einer autoritären Kaiserreichsstruktur. Das ist zunächst mal übrig geblieben. Dann natürlich die Ausrufung der Republik. Das heißt also die Abstreifung eines feudal und imperialistisch feudalen strukturierten Staates. Und das verbindet man mit Eisner. Oder sollte man zumindest verbinden. Und natürlich ist übrig geblieben auch der Gedanke, was wir heute als Basisdemokratie verstehen. Gegen abgehobene Volksvertreter. Kurt Eisner stand für keine von oben nach unten gedachte Politik, sondern für einen Parlamentarismus, der von unten nach oben läuft. Rund 500 Objekte zeigt die aktuelle Ausstellung im Münchner Stadtmuseum. Die zum 150. Geburtstag des charismatischen Publizisten und Politikers konzipiert wurde. Allerdings, die Regierung des Sozialdemokraten dauerte nur 100 Tage. Hier ein Foto, das nur wenige Augenblicke vor seinem gewaltsamen Tod in München entstand. Gestorben ist er, weil ein nationalistischer Offizier, Graf Akkor auf Wallai, ihn auf dem Weg, als er zurücktreten wollte am 21. Februar 1919, über die Straße ging mit seiner Frau und seinem Ministerunterleitner, auf dem Weg in den Landtag, weil dort Graf Akkor sich verborgen hatte und ihn erschossen hat. Hier ein Trauermarsch fünf Tage danach. Die Ausstellung im Münchner Stadtmuseum ist bis 14. Januar 2018 verlängert worden. Und es wird in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Veranstaltungen geben, bei denen Kurt Eisner gedacht wird. 100 Jahre Freistaat feiern unter anderem die Bayerische Staatsregierung, diverse Archive und Münchner Stadtteile. Wenn der Sommer manchmal aussetzt, dann muss die Sommerlaune noch lange nicht leiden. Die Stadtwerke München haben dafür ein Spitzenmittel und das übrigens für jedes Wetter. Das Westbad in Pasing, Münchens Familien- und Freizeitbad Nummer 1, bietet Sport und Spaß und auch eine gehörige Portion Wellness und Entspannung. Egal, ob vergnügt im Sohlebecken, entspannt im heißen Whirlpool oder sportlich im 25-Meter-Becken, hier im Westbad gibt's reinen Badespaß. Die ganze Umgebung, das Umfeld im Bad hier drinnen dann, da man viele Möglichkeiten hat, dann mal Sprudelbad, mal Langschubschwimmen, das Sohlebad draußen dann, das finde ich ganz fantastisch. Es ist wunderschön und es ist gut zu erreichen und die Uhrzeiten, die Öffnungszeiten sind wunderbar. Die Schauberkeit, die Freundlichkeit. Das Westbad ist mein Lieblingsbad, die Menschen sind nett, das Wasser ist toll. Ich gehe hierher seit Anbeginn und zwar täglich und schwimme jeden Tag 500 Meter und ich möchte es nicht missen. Doch bevor das Westbad sich zum Freizeitparadies verwandelt, müssen sich Susanne Reier und ihre Kollegen darum kümmern, dass alles bereit ist für einen neuen Bade- und Wellness-Tag. Unter anderem werden die Saunas vorbereitet, das Wasser gecheckt und die pH-Werte aller Becken gemessen. Denn das Pasinger Westbad ist schon frühmorgens sehr gefragt, besonders bei den Frühschwimmern. In der Früh haben wir Werktags zweieinhalb Stunden nach Betriebsbeginn von 7.30 Uhr bis um 10 Uhr die Reingemöglichkeit, den Frühschwimmtarif für 90 Minuten und da können auch viele Sportler oder Berufstätige vom Beruf nochmal Bahnen ziehen und sich fit machen. Seitdem es den Tarif gibt, wird der wirklich stark angenommen. Die Leute können das nutzen. Mit drinnen haben wir Werktags noch unsere kostenlose Wassergymnastik, die von 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr ist und da kommen alle zusammen und haben noch zusammen Sport. Auch die Sauna-Insel ist schon frühmorgens beliebt. Kein Wunder, denn sie ist eine Oase der Erholung und Entspannung. Wir haben bei uns im Sauna-Landschaftbereich, der ist bei uns als einziges Bad automatisch im Eintritt mit drinnen. Kann man nutzen eine 85-Grad-Sauna-Finish, wo stündlich der Auffluss gemacht wird, eine Bio-Sauna und eine 100-Grad-Sauna, wo man stündlich den Auffluss machen kann. Zuzüglich haben wir noch ein Dampfbad im Erdgeschoss und im Sauna-Bereich. Am Nachmittag stehen dann aber eher Rutsche, Strömungskanal und Whirlpool im Mittelpunkt. Und gerade an kühleren, regnerischen Tagen gibt es dann auch noch das besondere Westbad-Special mit Blick auf den Freibad-Bereich. Das heiße Außenbecken mit echter badreichen Haller Sohle. Das ist gut und tut gut. Vor allem abends, schön in der Abenddämmerung, mit unserem blauen Unterwasserscheinwerk fahren. Es ist eine schöne Atmosphäre, eine gute Stimmung und die Leute kommen dort wirklich, um auch das Sohle-Gehalt des Wassers zu nutzen. Das Westbad in Pasing ist bei jedem Wetter einem Besuch wert. Als tolles und weitläufiges Freibad oder als erlebnisreiches Familienhallenbad. Einfach zu erreichen mit der Tram 19 und dem Metrobus 57. Rund 110 Konzerte haben die Münchner Symphoniker in der kommenden Spielzeit geplant. Neben den üblichen bekannten Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Brahms stehen aber auch viele nicht so häufig gespielte Namen wie Bernd Alois Zimmermann oder Viktor Ullmann auf dem Programm. Zum Saisonauftakt erscheint nun auch eine neue CD. Die die Musikgeschichte ein Stück weiter schreibt. Inwiefern sehen Sie in einem Sommerschwerpunkt in unseren Veranstaltungen. Sie haben quasi das Unvollständige vervollständigt. Die Münchner Symphoniker haben gemeinsam mit dem Schweizer Dirigenten Mario Wenzago Schuberts Unvollendete vollendet. Da war es so, dass wir hier mit den Münchner Symphonikern in mehreren Abo-Konzerten so diesem Schubert-Klang auf der Spur waren. Ich habe gemerkt, das ist was, was dem Orchester unglaublich liegt. Und da lohnt es sich, noch weiter daran zu arbeiten. Und dann kam es wirklich zu einer sehr glücklichen Fügung, dass ein Kollege von mir mir Material gegeben hat und gesagt, schau hier mal rein, ich habe die Unvollendete vollendet. Also das Unmögliche eigentlich getan. Und ich fand diesen Ansatz von Mario Wenzago, der also Teile aus Rosamunde und einem überlieferten Scherzo von Schubert noch als einen dritten und einen vierten Satz an die ersten beiden überlieferten Sätze hinzugefügt hat, fand ich wahnsinnig kreativ und spannend und habe gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Das Ergebnis erscheint am 20. Oktober auf CD. Herausgegeben von einer Münchner Plattenfirma, die in den nächsten fünf Jahren zwei bis drei Alben der Münchner Symphoniker pro Jahr herausbringen will. Wir haben einen sogenannten Label-Partner, das heißt wir veröffentlichen unter dem Label Solo-Musiker, werden aber ein ganz eigenes Erscheinungsbild haben, was also unverwechselbar ist. Man sieht also sofort, wenn man die CD in der Hand hat, das ist aus dem Hause Münchner Symphoniker. Das heißt, wir können eigene Inhalte da sehr, sehr gut kommunizieren, können unsere Klangvorstellungen tatsächlich auch umsetzen und sind Herr des Verfahrens und haben in Solo-Musiker einen tollen Partner gefunden, der mit uns auch diesen Weg mit uns mitgeht und unsere Vorstellungen da sehr unterstützt. Das Label veröffentlicht seit 13 Jahren Orchester- und Kammermusik, World Music und Jazz mit weltweitem Vertrieb. Schuberts siebte Symphonie in H-Moll, die unvollendete, die hier nun ergänzt wurde, passt exakt ins Repertoire. Das Faszinierende ist, dass diese Schuberts Symphonie quasi einem Requiem gleicht, weil man sagt, das war so fast sein letztes großes Werk, das er aufgenommen hat und viele Dirigenten lieben es, diese Tempis, die diese ersten zwei Sätze hat, wirklich wiederzugeben. Und man kann wahnsinnig viel am Klangkörper und am Orchester arbeiten, um diese Symphonie wirklich, wie soll ich sagen, zu verinnerlichen. Und die vollendete, unvollendete ist schon bald auch live zu erleben. Am 25. Oktober im Herkules-Saal und am 26. Oktober im Prinz-Regenten-Theater. Nächste Woche in unser München, die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Harthof gehen weiter. Die GWG München hat nun ihre Mieterinnen und Mieter auf einem Sommerfest über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Die Einzelheiten sehen Sie bei uns. Für heute, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen! Auf Wiederschauen!